Die deutschen Panzer der E-Serie werden von vielen Anhängern der deutschen Technik verehrt. Besonders interessant ist die schwerste Maschine der Reihe, E-100. Das E steht für Entwicklung. Manche halten den E-100 für eine Wunderwaffe, das es dem Dritten Reich ermöglichen sollte, die Initiative auf dem Schlachtfeld zurück zu erobern. In Wahrheit wird der Panzer stark überschätzt. Seine Geschichte war voll von Fehlern. Im Juni 1942 hatte Porsche sein Projekt des überschweren Panzers vorgestellt. Panzerkampfwagen VIII Maus. Auf dem Papier sah die Maus sehr viel anders aus als das, was in Metall gebaut wurde. Äußerlich erinnerte das Projekt an den vom Krupp entwickelten Panzer Löwe. Das Gewicht sollte 120 Tonnen betragen und die Bewaffnung sollte die 149 mm Kanone mit einer Länge von 37 Kalibern beinhalten. Im Laufe des Juni auf Forderung von Adolf Hitler wurde die Panzerung verdickt und ein Zusatzturm mit einer 75 mm Kanone integriert. So wuchs das Gewicht auf 140 Tonnen. Das Projekt wurde aber wieder überarbeitet. Der seit 1941 von Krupp entwickelte Panzerkampfwagen Löwe wurde im Juli 1942 gestoppt. Trotzdem hatte Krupp was zu tun, da es den Turm für die Maus entwickeln durfte und die Herstellung der Wannen vorbereiten. Doch Krupp wollte mehr und als am 11. September 1942 bei einer Besprechung zwischen Krupp und Waffenamt die Bedenken geäußert wurden, dass die Maus viel zu komplex sei und zu viele neuartige Bestandteile beinhaltet, wurde seitens Krupp eine Ersatzvariante vorgeschlagen. Eine Alternative zu Porsches Maus. 150 Tonnen Panzer mit maximaler Vereinheitlichung mit dem Tiger II. Einen ähnlichen Trick hatte Krupp schon mit dem Panzerkampfwagen IV durchgezogen. Zuerst sollte Krupp nur den Turm für ihn bauen, doch als es zu Problemen bei der Rheinmetall-Konstruktion kam, konnte Krupp den Auftrag für den Bau von zwei Prototypen erlangen, um danach die Serienfertigung des Panzer IV komplett zu übernehmen. So auch hier hatte Krupp bereits Mitte November 1942 ein fertiges Projekt des alternativen Überschwerenpanzers. Inoffiziell wurde das Projekt Tiger Maus benannt. In manchen Dokumenten auch Krupp Maus. Um den Platz innen nicht so einzuengen wie bei der Maus, hat man hier das Fahrwerk nicht innerhalb der Panzerung angeordnet. Aber um den Panzer auf die Eisenbahnplattformen verladbar zu machen, hat man ihm ähnlich dem Tiger I und II Transportketten verpasst. Und um den Seitenschutz zu verbessern, zusätzlich die montierbare Seitenschürzen. Es wurde eine Hubvorrichtung zur Montage dieser Schürzen bei Bedarf am Turm angebracht. Es gab zwei Varianten des Projektes. Dabei hatte eine Variante mit der Zeichnungsnummer W1671 eine Heckanordnung des Turmes. Zur gleichen Zeit wurde auch der Turm der Porsche Maus zum Heck verschoben. Zeichnungsnummer K3385 vom 14. November 1942. Jedoch zeigten die einfachsten Berechnungen, dass der Krupppanzer mit dem normalen Tiger II Motor Maybach HL 230 nur ca. 13 kmh schnell sein wird. Mit der auf 1000 PS leistungsgesteigerten Version wäre der Panzer immerhin noch 20 kmh schnell. Die Auswahlkommission, in der auch Ferdinand Porsche selbst Mitglied war, sah also mehr Nachteile im Entwurf von Krupp. Es wurde nach einem anderen Motor für die Krupp-Maus gesucht. Es würde auch der für die Porsche-Maus gedachte Motor in Betracht gezogen. Der würde ja auch passen, nur war er noch nicht serienreif. Was den Vorteil der schnellen Serienreife des Krupp-Entwurfs wegfallen ließ. Ähnliche Probleme gab es mit dem Getriebe und anderen Teilen des Projektes. Am 30. November 1942 wurde die überarbeitete Version der Tiger-Maus mit der Zeichnungsnummer W1674 präsentiert. Die Masse wuchs auf 170 Tonnen, davon 122 Tonnen wog nur die Wanne. Als Motor sollte der Daimler-Benz MB-507, das auch für die Maus geplant war, verwendet werden. Die Fahrrollen wurden auf 650 mm Durchmesser bestimmt, also kleinere als für den Tiger II. Bei der Projektvorstellung am 1. Dezember 1942, an der auch Heinrich Kniepkamp teilnahm, wurde festgestellt, dass dieser Panzer überflüssig ist. Eine schnelle Serienreife kam nicht in Frage, weil der Motor, das Getriebe und andere Elemente des Tiger II entgegen anfänglichen Behauptungen nicht verwendet werden dürfen. Wegen der 170 Tonnen Masse, die erreicht wurden. Die einzig sinnvolle Lösung war die Reduzierung der Masse durch die Senkung der Seitenpanzerung. Also wurde eine Woche später eine neue Variante vorgestellt, W1677. Die Masse wurde auf 130 Tonnen gesenkt und die Fahrrollen wurden denen des Tiger II angeglichen. Die Höchstgeschwindigkeit wurde mit 24 kmh berechnet, bei einem Leistungsgewichtsverhältnis von 5,4 PS pro Tonne. Zeitgleich wurde eine alternative Variante mit Heck gelegenem Turm vorbereitet, W1681. Die Hauptvariante wurde für gut befunden, da viele Komponenten vom Tiger II verwendet wurden. Als Federung sollten Drehstäbe verwendet werden. Die Variante mit dem Turm am Heck wurde abgelehnt. Im Herbst 1943 sollte der erste Prototyp fertig sein. Doch am 15. Dezember wurde das Projekt gestrichen, da zwei überschwere Panzer eine zu hohe Last wären und Porsche schien bessere Perspektiven zu haben. Doch die Maschine sollte im März 1944 wiederkommen, und zwar in der Form des E100 unter der Zeichnungsnummer 021A38300, die von der Firma Adlerwerke in Frankfurt am Main vorgestellt wurde. Das war die schwerste Maschine der E-Serie. Die Entwicklung lief seit Frühjahr oder Sommer 1943. Die Fahrwerkskomponenten befanden sich außerhalb der Wanne. Adlerwerke entwickelten das Fahrwerk für die gesamte E-Serie. Entsprechender Zeichnungen sollte der E100 mit einer 149 mm und einer 75 mm Kanone bewaffnet sein. Die Masse sollte 140 Tonnen betragen. Als Motor sollte mal wieder der HL 230 von Maybach mit seinen 700 PS zum Einsatz kommen, was eine Höchstgeschwindigkeit von 23 kmh erlauben sollte bei der Verwendung von Tiger II Getriebe. Oder ein neuer 1200 PS Maybach Motor, den es noch nicht gab. Dazu fehlte auch jegliches Getriebe. So würde eine Geschwindigkeit von 40 kmh möglich sein. Die abnehmbaren seitlichen Schürzen und Transportketten würden die Breite für Eisenbahnplattformen transportfähig machen. Diese genannten Daten verraten den vormals Tiger Maus. Nur dass das Fahrwerk jetzt von Adlerwerke stammt und mit vertikalen Druckfedern realisiert werden sollte, statt Drehstäben wie zuvor. Die Fahrrollen sollten jetzt mit 900 mm noch größer werden. Der Turm sollte der gleiche bleiben wie auf der Zeichnung K3387 für den Panzerkampfwagen Maus vom 1. Januar 1943. Nur dass die dort abgebildete Kanone 15 cm KWK L37 bereits im März 1943 abgelehnt wurde. Das Projekt wurde von Kniepkamp wieder hervorgeholt, weil die Pläne zur Serienfertigung der Maus auch wieder ins Leben gerufen wurden. Also wollte der Heinrich hier eine einfachere und leichtere Version eines überschweren Panzers durchsetzen. Doch den Turm wie in der vorgestellten Zeichnung hätte der E100 nicht gekriegt, da dieser bereits seit über einem Jahr nicht mehr aktuell war. Krupp entwickelte bereits einen neuen Turm, bekannt als Mausturm 2 und die 149 mm Kanone wurde endgültig gestrichen. Auf das abgerundete Frontteil hat man verzichtet und die Kanonen 128 mm L55 und die 75 mm KWK L36 wurden übereinander angeordnet. Zusätzlich wurde ein stereoskopischer Entfernungsmesser eingeplant. Der E100 sollte also den Mausturm 2 bekommen, aber mit einer auf 35 Tonnen reduzierten Masse, wegen der auf 80 mm verdünnten Seiten. Trotz der Bemühungen seitens Kniepkamp und Krupp wurde der E100 nicht als eine rettende Maßnahme letzter Instanz angesehen, da im Frühjahr 1944 bereits der erste Mausprototyp auf dem Testgelände bei Böblingen unterwegs war und der zweite sich in der Montage befand. E100 musste aber erst fertig entwickelt und zusammengebaut werden. Dazu waren die Komponente der Maus bereits erprobt und betriebsbereit. Somit war die Idee, den E100 als einen mit dem Tiger II vereinheitlichten Panzer, der günstig und schnell in Serie gebaut werden kann, nicht mehr aktuell. Das Gewicht des E100 mit mittlerweile 140 Tonnen kam dem der Maus mit 188 Tonnen immer näher. Also wäre auch hier spezielle Eisenbahnplattform vonnöten, aber die Maus war weitaus besser geschützt, besonders seitlich. Alles was die Lobbyisten des E-Projektes erreichen konnten, war die Erlaubnis für den Bau einer Wanne für einen Prototypen. Aber keinen richtigen Turm, sondern nur einen Turmersatz mit der gleichen Masse. Die Genehmigung konnte man durch den Vorschlag erlangen, das E100 Fahrwerk für einen zukünftigen Jagdpanzer zu benutzen. Dafür wurden zwei mögliche Varianten der Bewaffnung vorgeschlagen. Erste Kanone 15 cm Stuk L63 und eine dickere, aber mit geringerer Kaliberlänge 17 cm L53. Die Maus eignete sich schlecht dafür, also wurde entschieden, einen Jagdpanzer mit der Bezeichnung Sturmgeschütz E100 zu entwickeln. Am 10. Juli 1944 gab Hitler den Befehl zum Einstellen der Arbeiten an überschweren Panzer und Selbstfalldafetten. Trotzdem wurden etliche Änderungen in die Mauskonstruktion noch eingebracht. Es kam sogar zum Austausch des Benzinmotors gegen Diesel. Die Entwicklung wurde erst eingestellt, als die beiden Prototypen zum Testgelände in Kummersdorf gebracht wurden, wo Porsche und das Entwicklerteam an den Panzern nicht mehr ran konnten. Der E100 wurde trotz Hitlers Befehl einfach weitergebaut. Als Montageort wurde das Testgelände in Haustenbeck, unweit von Paderborn, gewählt, Da hauptsächlich Tiger II Elemente verwendet wurden, war Henschel sehr an dem Projekt interessiert. Jedoch liefen die Montagearbeiten sehr langsam, wegen der schweren Situation an den Fronten. Im Januar 1945 war die Wanne und Ausbau des Motorraums größtenteils fertig. Teilweise war das Fahrwerk auch zusammengebaut. Aber Adlerwerke konnten nur drei Mann entbehren. Ein Problem war auch, dass die verschickten Federn nicht angekommen sind. Daher war die Federung nicht montiert. Im Mai 1945 gelangte die unfertige Wanne in die Hände der Alliierten. Die Amerikaner haben sich auf die Forschung der in Haustenbeck eroberten Wannen und Pläne beschränkt. Die Briten fanden die verschollenen Federn und bauten die Federung ein. Im Sommer 1945 wurde die Wanne aus der Garage gefahren. So wurde die Wanne nach England verschickt. In England wurden sogar die Ketten montiert. Und so stand die Wanne bis Ende der 1950er Jahre in Bovington. Später wurde sie zu Metallschrott verarbeitet, wie auch andere Maschinen aus Haustenbeck. Als Fazit kann man sagen, dass statt einer Wunderwaffe sich der E-100 entpuppt hat, als ein einmalig abgelehntes Projekt Tiger-Maus, das die Lobbyisten ein zweites Mal durchschieben wollten. Vorteile gegenüber der Maus waren zweifelhaft. Außerdem gab es Zweifel an den genannten technischen Daten, wie der Geschwindigkeit zum Beispiel. Das Projekt des E-100 war ein ganz großes Fragezeichen, wie die gesamte E-Serie. Zum März 1945 stand nicht ein einziges Projekt der E-Serie in den Zukunftsplänen und es schien alles nur ein Hirngespenst von Kniepkampf zu sein. Das war es dazu. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Wenn ihr ein weiteres Video der Folge Panzerentwicklung haben wollt, bitte setzt einen Daumen nach oben. Und ab 500 Daumen hoch werde ich ein weiteres Video machen. Ihr müsst mir nur in den Kommentaren unterschreiben, ob ihr ein Entwicklungsvideo zum Panzerkampfwagen Löwe oder über die Vorgänger bzw. die Urprojekte, die später zum Panzerkampfwagen Panther geführt haben, sehen wollt. Also eins von beiden. Schreibt mir das in die Kommentare und denkt dran, meine Oma hat ein Auge auf euch. Macht es gut.